Willkommen in der Zielschule. Die Schule liegt mitten in Zürich, ein ruhiger Lager mit Parks und Grünflächen ganz in der Nähe. Ziel steht für Zentrum für individuelles und effektives Lernen. Wir sind eine staatlich anerkannte Privatschule vom Kindergarten bis zur 9. Klasse. Unser Team besteht aus qualifizierten Lehrkräften, die ihrem Beruf mit Herzblut nachgehen. Wir bieten eine Tagesschule mit Mittagstisch. Wir ermöglichen dem einzelnen Kind eine Ausbildung, die seine Individualität und Kreativität fördert und trotzdem fachliche Kompetenzen gewährleistet, eben individuelles und effektives Lernen. Das Resultat? Unsere Schüler gehen tatsächlich gern zur Schule. Unsere Jüngsten. Auf dem Weg, selbstbewusste, gut vorbereitete Erstklässler zu werden. Hier wird das solide Fundament gelegt. Mit individuellem Tempo in die Welt der Zahlen und Buchstaben, wobei Spaß und Kreativität nicht zu kurz kommen. Fachkundige Anleitung zur Eigenverantwortung kennzeichnet die Mittelstufe. Ihr habt es also abgemacht. Nun möchtest du das Telefongespräch beenden. Was sagst du? Okay, tout à l'heure. Und die Lösung ist? Ach, ich sage es. Gut, zeige es mir. Wir kümmern uns um jeden einzelnen Teenager und entlassen ihn gut vorbereitet in die Richtung, die er einschlagen möchte. Alle unsere Schulabgänger haben entweder eine Lehrstelle oder einen Platz an einer weiterführenden Schule bekommen. Wenn Sie eine Schule suchen, in der Ihr Kind persönlich gefördert wird und Freude am Lernen hat, dann kommen Sie einmal vorbei. Termine jederzeit nach Vereinbarung. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.